So Männer, es da sind wir wieder. Ähm, ja, extreme Frame-Einbrüche scheinen bei mir einen Absturz vorauszusagen. Melina. Okay. Ich habe aber noch meine Post nicht nachgeguckt. Warten wir noch auf irgendwas? Ähm, ja, die Fähigkeit erfordert Hammer Stufe 2. Bedeutet das, also hier Stufe 2, also das ist Stufe 1 und hier ist Stufe 2? Oder meinen die bei den FPs? Oh, nein. Mal gucken, ob die Instanz jetzt zurückgesetzt wurde. Ich war da gerade noch drin, da schwebte da noch der Helikopter über dem besiegten Endboss. Oh, nein. Doch. Oh, nein. 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 Wir stehen irgendwie am Ende. Okay, neue Gruppe. Also, dazu sollten wir mal aus der Indie raus. Gruppe verlassen. So, bitte nur ändern. Äh. Serendier. Serendier. Mal gucken. Vielleicht kann die noch ein bisschen Werbung machen. Fangen wir mal. Oh, nein. Oh, nein. Was? Oh, nein. Oh, nein. Dann stimmt das alles. Ja. Das ist irgendwie. Ja. Er geht ja. Ah ja. So, gucken wir mal, ob die Innie jetzt resettet ist. Neue Gruppe, neues Glück. Gewinne, gewinne, gewinne. Äh, ja. Ja, das sieht doch auch schon anders aus vom i-Log-Bildschirm. Ja, jetzt geht schon das Instanz-Farming los. Äh, ich hoffe... Ach, Quatsch, ich werde einfach beide Innie-Runs in eine Folge packen, ansonsten ist das ja öde. Guck mal, hier gibt's Wissen, dass ich weniger sehen darf. Die Polaris. Defensiv-Ziel nehmen wir mal... Äh, wer macht die Tank? Glaub ich das jetzt falsch? Melina, glaube ich, ne? Melina, die geile Alte. Obwohl, die ist auch nur geil mit einer Tüte überm Kopf. Tank hat eben ein Telefon. Haha, okay. Also Jungs, in einer halben Stunde muss ich los, dann muss ich zum Friseur. Gib Kette. Muss mich ja noch schick machen für Peter. Heute fangen wir an, God of War aufzunehmen. Ah, und wie man hier sehen kann, äh, spielen in den Instanzen wohl die drei Fraktionen zusammen. Er, hier ist Illuminat. Der Verräter. Wer hatte denn hier eben noch Pistolen? Der da, ne? Oder die da. Ui, die hatte auch schon... ...ziemlich hohen Rang. Kann man die nicht irgendwie inspekten? Treffen, Nachrichten, Untersuchen. Guck mal an. Ne, die hat keine Pistolen. Die hat Fokus... ...und Blutmagie. Also Blutmagie und Chaos. Wer hatte denn eben die Pistols? Der, der raus ist? Irgendwer hatte doch die Pistolen. Auch Blutmagie und Chaos. Okay. Nach der Indie muss ich kurz auf K. Ja, nach der Indie muss ich weg. Gollor. Wo steht er denn da? Wird... Womit, äh, spielt er denn? Er spielt mit... ...Elementarmagie und Blutmagie. Blutmagie ist ganz schön verbreitet, kann das sein? Ja, okay. Ich spiele mit, ähm... ...ich spiele mit Pistolen und... ...nichts. Die Forstwaffenfähigkeit, die ich habe, ist... ...naja, zu vernachlässigen. Ich hatte doch... ...noch vier Fähigkeitenpunkte, wenn mich nicht alles täuscht, war? Hammer. Schaden. Fuck. Ich hätte vielleicht mal nachgucken sollen. Ah, wenn der Schwungzelle 5 erreicht, verursacht ihre nächste Kraft 12% mehr Schaden. Oh, das hört sich immer nice an. Durch das Blocken eines Angehors wird der Schaden, den sie allein um weitere 4% verringert. Ne, das brauchen wir aber nicht. Mehr Damage. Gehen wir ein bisschen auf Hammer. Fangen wir mal an. Damit wir auch die zweite Fähigkeit nutzen können. Na, Kampf. Zerschmettern. Okay, hier muss man sowieso beides maxen. Dann lernen wir mal zerschmettern. Und dafür hauen wir weg das hier, oder? Aber da trifft bis zu 5 Feinde, also das ist schon so ein kleiner AE. Und da haue ich ihn dafür raus. Guck ich später. Hier bleibt mal stehen. So, Melina wollte ich als Defensive-Zunehmen, ne? Weißt du denn? Da. Bleib hier, ansonsten muss ich dich ja so anwählen, das ist ja gut. Ich muss jetzt mal die Fähigkeit ziehen. So, aus dem... Aus dem... Aus dem... Kladdatzstern. Drohne, Flieg und Sieg. Bom, 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 bom. Jetzt können wir ihn mal aus der Nähe sehen. Der sieht aus, wie er das nochmal so auf. Der Hogui-Jay. Der bleibt vor allen Dingen mal still. Am Arsch, hat der gerade geblockt? Also Tank-mäßig läuft es eigentlich nicht so gut. Für mich läuft es aber wieder gut. Ich kriege auch keinen Schaden. Was vielleicht ein bisschen was über Man-Dimage aussagt, aber... Naja. Movement braucht man hier noch nicht so wirklich... Okay, bei den Bossen später. Da muss man aus diesen weißen Bereichen raus, beziehungsweise hinter die... Hinter die Säulen. Aber okay. Faustwaffe brauchen wir nicht mehr. Glyphen-Werkzeug-Satz. Was würfeln die denn da so? Gier, Gier... Ja, komm, wir fuhren auch Gier. Wollte nicht greedy sein. Ich habe eine 5 gewürfelt, am Arsch. Also bei WoW war ich richtig schlecht im Würfeln. Wenn Sachen gefallen sind, die ich unbedingt haben wollte, wo ich lange darauf gewartet habe, ich habe immer Scheiße gewürfelt. Und für die Scheiße, die ich nicht haben wollte, habe ich hochgewürfelt. Aber wahrscheinlich ist das irgendwie bei jedem so. Obwohl wir hatten einen bei uns in der Gilde, der war so ein Würfel-lacker, der hat alles gekriegt, das wird er haben wollte. Der fiese Mob. Wer kürtet denn da? Eine gebrochene Leiche. Ich werde mal stehen. Blutmagie-Fokus. Na, braucht das einer von denen? Das ist ja noch grün. Ach, hier ist Wissen. Deswegen gehen die Hellen. Wissenseintrag Nr. Duo. Analyse. Hochgradig instabiles biologisches Material. Auf Distanz bleiben. Hell-Bla-Signal initialisieren. Blablabla. Hörner Süßling, die Möwen schreien. Jog, jog, jog. Die Möwen sind aufgeregt. Sie sind es gewohnt, das aufgeblähte, verortete Fleisch der Ertrunkenen zu fressen. Okay. Der Zeichentanker. Ja, jetzt die Höhle. Die Regierung. Fachchef Polaris. Ach so, das macht natürlich Sinn, dass das Schiff die Polaris ist. Ich hab mich schon gefragt, warum die Indie so heißt. Die hat ziemlich geilen Scheiß gelangen, wie ich sehe. Lauter Container, wo Fässer drin sind. Hammer. Was geht denn jetzt hier? Oh, da kommt seine Schwester. Ich glaube, ich will die Drohne weghauen. Für den Hammerkram. Er hat aber gerade kräft sich viel auf den Rumble. Blair Bainsower. Oh, nach Feuer macht die wohl so'n... Nach Feuer macht die wohl so'n vorne Angriff. Jawohl. Ja, so Instanz zocken macht doch irgendwie mehr Spaß als alleine rumhängen. Warum sind die eigentlich immer alle nackt? Also nicht, dass mich das stören würde. Ja, obwohl eigentlich schon. Das gibt immer so'n krankes Bild ab. Weil das selstliche Monster sind. Ein Glückstalisman. Den kann man sogar anziehen. Plus Gesundheit, plus Crit. Minus 8 Angriffswert. Ja, macht da irgendwer Bedarf drauf? Melina. Wahrscheinlich, weil der Tank viel Gesundheit braucht. Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Das war Boss Nummer 2. Sind die eigentlich eingezeichnet? Ne. Suggested Path of Access. So, so. Bombs. Jawohl, da ist er ja. Die Hühne ist rege. Stehen bleiben und nicht auf mich gehen, du Arsch. Die Drohne kommt weg. Oh, YouTube ist auch weg. Wieso kann ich den Ding Quatsch hier nicht wirken? Oder haben die Widerstand? Kann ich nicht mehr sagen. Oh, mach. Ich bin los, Alter. Der hat mich lieb. Und will mich knüppeln. Oh Gott, da hinten kommt der Dicke wieder. Der Dicke, Dicke. Da ist ein Hammer geflogen. Das ist ein Hammer geflogen. Das ist ja im Folge. Und Regeneration von Gewebeschaden verhindern. Wo rennen die denn jetzt hier hin? Ist da hinten schon wieder Wissen? Ah, ja. Nice. Ich glaub da kommt's gerade noch was angerannt. Hammer. wissenseintrag nummer drei nicht weit von kingsmith entfernt liegt eine winzige mit dem rudermut erreichbare insel roter seetank umschnitt den felsigen küsten die felsigen küsten schoten pulsieren prall gefüllt und mit abscheuliche ursprünglichkeit auf zu platzen der nebel bedeckt alles in einer klaustrophobischen umarmung und verschluckt die geräusche in einer zu vollständigen stille nur vereinzelt durch hungrige stöhnen durch brauchen wir jetzt muss man hier geblockt ich kriege da eigentlich irgendwo angezeigt wie viel ich irgendwie in heile ich meine ich müsste beim defensiv ziel doch zumindest ein klein bisschen was geben objekten markup cube invisible super small nope voll benutzen was das ist schon nicht richtig alle feuergefächt er wird hier ja diesmal primor doch schon gemacht und so schon wieder geheimfragen und da ist er kaputt habe ich schon wieder 10 kp haben wir beides nicht benutzen elementar und chaos focus guten Abend den kram geld einsammeln was war das denn achso das waren die items wir Containerzentrum, ist klar. Ja, aber im zweiten Mal ist der Chitter etwas ruhiger. Ah, gut. Nee, 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 komm auch schon. Äh. Wo ist der Melina? Da auf dem Chister genommen. Fuck, die konnte ich nicht festzuhalten. Ah, kein Problem. Was hat er denn? Das hat ein Blutopfer, sie erleiden regelmäßig Schaden. Ah, das ist ein Debuff. Oder ein Dot. Damage over time für die Leute, die mit solchen Begriffen nichts anfangen können. Ich fand das früher, ganz am Anfang, total schrecklich mit diesen ganzen Abkürzungen. Erinnert mich immer an das Lied von den Fantastischen Vier an MFG. Da müsste man eigentlich alles ersetzen können, durch irgendwelche Online-Gamer-Begriffe. Da kommt so ein bisschen Viehzeug. Was? Habe ich gar nicht gehabt? Hier haut Buhi-Mutter wieder. wirken auf totes ziel nicht möglich und ist doch gar nicht also naja irgendwie schon ich stehe genau im ranzöschen Läu ach kacke das war ja noch falsch oh wo ist die Mama oh die Mama ist tot Triggerisches Kopftalisman Ausweichwert und ganz viel Gesundheit wieder was für nen Tank oh man Glyphenwerkzeugsatz Benutzmaterialien von unvollkommener Qualität Hat da mehr Bedarf drauf gewürfelt dann mach ich das auch oder ist das so ein Item wo man ein Gierwürfel gewürfelt wahrscheinlich jetzt habe ich gewürfelt eine Eins Hammer nice da müsste ich eigentlich eine Achievement oder so verkriegen eine Eins oh man ey kann man auch eine Null würfeln wahrscheinlich nicht da hätte ich eine Null gewürfelt ja klar einen Würfel mit Null kann es ja nicht geben aber hey gibt doch keinen Würfel mit 100 Starke psychische Signatur aus dem in den Handelsschutz der Orte zu vorsichtig vorgehen okay bei den äh bei AD&D oder das DSA wahrscheinlich schon aber die haben keine 100 Seiten sie haben keine freie Sicht auf das Ziel am Arsch das war doch grün da ja durch die Instanz schnitzelt man sich so durch ich denke einen richtigen Tank braucht man ja nicht ich glaub das war aber bei bei WoW am Anfang war das mit oh Gott wie hieß denn die erste Instanz nochmal äh äh boh ich habe das echt vergessen dabei war man da glaub ich tausendmal dran da brauchte man ne am Anfang glaub ich auch nicht wirklich bei Star Wars eher schon da weiß ich das noch wobei wie und wie auch schon so lange her ist die ersten paar mal der Uni war ach 2.5 2.5 das ist schon eine Ewigkeit her so wir stellen uns wieder hier hin und hatten wir da auf dem ach in der schwarzen Sippe darf wohl nicht stehen also wo man doch move move so wir vielleicht auf die Ärzte mitschießen so wir vielleicht ja kom crit wertfertig da sind wir jetzt da sind wir jetzt da sind wir jetzt da sind wir jetzt mit weiter ich habe irgendwie das Gefühl wir hatten beim letzten mal ein bisschen mehr Damage oh fuck jetzt bin ich da stehen geblieben Das sind nur ne Menge Kiefer Was waren denn für Geldzahlen gerade? Was? Ich hab doch nicht im Ernst da drangestanden Oh Gott, jetzt sind da viele Viecher Die sind mir irgendwann nicht aufgefallen Oh, der ist da Oh, der ist da Oh, Streitkolben, der einher, ja Ausweichwert durch Dringungswert und Anrufswert Ja Da machen wir mal Bedarf drauf Wie viel Anrufskraft hat der Hammer? 146 157 Hat einer auf den Streitkolben Bedarf gemacht Hier Der hat Medina hat Bedarf gemacht Ja komm, da ist die Streitkolben noch nicht Macht das keinen Sinn, den mitzunehmen Oh nein, ich hab schon wieder das Geld vergessen Nein Jetzt kommt die Zwischensequenz Da ist er Ich hab ne 98 gewürfelt Für Vettelknochen Vettelknochen? Oh mein Gott Sebastian Vettels Gebeine Trage ich jetzt an mir Hammerfett Von 0 auf 3 Finde ich gut Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Glückstalisman Der ist auch noch auf QS 0 Langsam würdet Ach, die gucken sich wahrscheinlich die Sequenz noch an Aber ich nicht, denn ich muss gleich weg Also Leute Gebt Kette Ich konnte die Instanzen natürlich nicht in Beiden In einer Folge unterrücken Ansonsten wäre die Folge Fast eine Stunde lang Braucht man das zweite Mal doch länger als beim ersten Mal Also wir wollten nicht hinter Quatsch nicht vor ihm stehen Da sieht man schon den Klief nach vorne Und wenn er sich portet Hinter so ein Steinchen Näher scheine nicht zu sein Ansonsten rausknüppeln, was man hat Wo will der denn jetzt hin? Bleib hier Widerstanden Fick dich Außer Reichweite Wieso wird denn der eine hier im Kreis um? Finde ich nicht gut Was soll dat? Was soll dat denn? Oh Und Melina kriegt auch nen Sack Na doch nicht Ist Melina eigentlich noch mein Defensivziel ne? Keine Ahnung Wie sich das versettet hat Der Typ kann weiter angerufen werden Wenn er's Oder auch nicht Wo ist der hin? Achso, guck mal an Da kommen Ads Da ist er ja Oh oh Ich glaub man sollte hier raus Da kommt so ein Ur-Ding Das kommt direkt auf mich zu Zack Zuck Alter wie viel Damage hat denn bitte der Hammer gerade gemacht, der da auf den Zug flogen ist Oh Gott, jetzt bin ich gestern, jetzt bin ich dran Alter macht das Schaden, leg mich fett Ja Sigi, jetzt kommt noch dieses Vieh hinter mir, ja Fick dich Ah, da bin ich schon hochgehalten, komm mal fett Wie viele von den... Ah, jetzt geht's weiter Komisch die Sachen haben wir eben, aber alle nicht gehabt haben wir, dass ich mich da Haben wir so viel mehr Damage gemacht? Da sieht man ne Aufnahme, guck mal wie schnell das Leben von dem runter geht Oh, ich glaub da hätte ich nicht stehen können Oh Gott, er portet sich Oh Gott, da ist die Mitte Oh Gott, er portet sich Das ist so ein Elefantendrache Mit Krake Die Losaurier Die Losaurier Glaube ich stehe hier noch im Klieb, oder? Wir gehen besser mal an seinen Arsch So Nein, jetzt verschwindet der Sack wieder Macht's doch nicht, wenn ich Gerade meinen Crit gezündet hab Schneller Jetzt renn doch nicht wieder im Kreis Ach man Größere Dimension Ohloi Ah, das ist doch Jetzt kommen wieder die Ads Man muss nicht hinter die Säulen, denn das Man muss die Ads machen, denk ich mal, oder? Genau, er verschwindet in die Uhr, Drog, Viecher komm Man muss ja nicht hinter, man muss die Ads machen Was ist denn hier gelaufen? Was ist denn hier gelaufen? Da Da kommen sie Oh Gott Wieso denn ich? Wahrscheinlich, weil ich nicht dahinter stand, wa? Weil er mich gesehen hat Da kommt noch so ein Ohrding Warum laufen die in so verpeilten der Gegendraum? Ja, weil der mich sieht Wenn der mich sieht, gibt's Aua Ok Dann bleiben wir hier entern Und helfen bei den anderen Viechern Gibt's hier gar keine Ahnung, aber ok 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 Juhu, weiter geht's Lol, der hat die Dinger kaputt gemacht Jetzt stirbt doch endlich Also Fisch-Kräten-Halsband Fisch-Kräten-Halsband Kritt-Ausweich-Wert-Gesundheits-Wert Ach, das ist doch ein Scherz, ey Exfiltrations-Punkt gesichert Beende Kommunikation mit Eurotikon Wieso fällt denn hier so viel für Tanks? 600 Gesundheit? Leck mich fett Das war ja mal ein Tank-Drop Um Den Bericht senden wir wieder Nehmen Dank und TKP und all so ein Kram mit Und wir geben uns jetzt schnellstmöglich zum ausgang tja mache ich hier eigentlich werbung für uns auch warum echt nicht ja tja das ja 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 Scheiße, ich kriege meinen Muss. Doch, der kriegt noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.